Hört, hört, ja, der Neumond Steinbock geht jetzt in den Vollmond Löwe am 25.01. Und jetzt kommt's. Und der Pluto geht aus dem Steinbock, wo er sich die letzten, keine Ahnung, 15 Jahre befand, in den Wassermann hinein. Und der Pluto zeigt immer die Schatten und die Mystik auf, also die Schattenseite auch in der Familie oder in Partnerschaften. Und es geht hier ganz stark auch um die Machtbesinnung, um die Transformation und um die Heilung. Ganzes Video, Clarissa M.seite, Lichtwegimpulse Atlantis auf YouTube-Kanal. Ja, und der Löwe, der jetzt zum Vollmond, ist ja genau gegenüber vom Wassermann. Also wenn man mal das astrologische Kreis anschaut, diese Tierkreiszeichen, dann befindet sich der Löwe genau im Opposite, also im Gegenüber des Wassermanns. Und das ist doch jetzt richtig spannend, weil der Pluto ist zwar so eine Art Zwergenplanet, aber unglaublich kraftvoll und machtvoll. Und er bleibt jetzt in dem Wassermann die nächsten 20 Jahre. Und ich behaupte, dass der Löwe jetzt uns das Licht bringt, dass dieses innere Licht, dieses Innere, dieser Selbstwert und diese Kraft, und wir kommen ja jetzt im Chinesischen in das Drachenjahr. Und das Drachenjahr spricht ja genau diese Themen an, wie Macht, wie Glück, wie Streben nach dem Erfolg. Und das ermöglicht der Löwe, der uns das Licht bringt, die Sonne, dieses kraftvolle Glückszeichen Sonne, genauso wie der Drachen. Also das sind totale Überschneidungen in verschiedenen Themen, die alle auf den gleichen Punkt münden. Ich hatte jetzt gerade zwei Minuten 22. Zum Wohle aller in der 222. Gerne mein 13. Buch anschauen. Neubeginn eines Erdenengels. Überall erhältlich. Da steht es auch drin. Und jetzt vom Steinbock. Neumond im Januar in den Löwen am 25.01. Wir kommen ins Licht. Und ich habe noch Portalkarten gezogen, weil wir ja den Portaltag am 21. haben, der jetzt schon heute am 19. Die 19 ist die Sonne im Terror hineinstrahlt. Deswegen mache ich jetzt auch das Video, obwohl ich todmüt irgendwie bin, nach so einer anstrengenden Woche. Aber ich habe die Karten verdreht gehabt mit Jasmin Boland hier unten und hatte das erst umgekehrt gehabt. Da haben sie gesagt, nee, nee, es ist ja so. Der Löwe geht, ist in Opposite von den Wassermannen. Und da geht es ja jetzt rein. Der Pluto geht ja jetzt direkt hier rein. Und diese Zeichen wollten sich auch zum Portaltag noch mal zeigen von Kyle Gray. Die Erdsteinaktivierung, ja, die passt wunderbar zu dem Steinbock. Und das haben wir durchlaufen. Wir haben uns jetzt stark erden dürfen, um dann eben uns selbst im Heiligen Gral zu finden. Genau, die innere Entdeckungsreise. Da steht sogar, das Heilige in dir finden, du bist, was du suchst. Und ja, der Steinbock hat es gefunden. Der ist da den Berg hochgeklettert bis an die Alpenspitze und schaut direkt in die Sonne hinein. Also in den Löwen jetzt zum Vollmond. Und da er ja gegenüber vom Wassermann, von diesen unglaublichen Kreativzeichen, jetzt die nächsten 20 Jahre, entdecken wir ganz viele neue Fähigkeiten. Und das ist auch in der Technik natürlich, was ja der Wassermann ist, ja der Technik auch Zugeordnung oder der Forschung. Das ist ja prädestiniert. Und da haben wir den Seelensternaktivierung. Wir werden jetzt sowas von angebunden in unseren Seelenverträgen und du wirst dich erinnern mit deinem inneren Licht, wo es jetzt hingehen darf für dich. In diese Erfüllung. Und da haben sich tatsächlich dann auch nochmal die Plejaden, die Sterne gezeigt, passend zum Wassermann in diese Zusammenkunft oder in die Zukunft auch hineinsehend zusammenkommen. Also ich denke mir auch, nicht nur die Universen und Galaxien arbeiten jetzt stark zusammen, sondern überhaupt das Universum mit der Erde. Und wer weiß, was uns da begegnen wird oder welche Zusammenkünfte auch jetzt da auf uns zukommen. Planetarisch, pleiadisch, in die höhere Harmonie, in die Lösung hineinkommend. Ja, wir werden zusammengeführt über den Seelenstern. Seelenbrüder und Schwestern, sage ich jetzt einfach mal so in 5 Minuten 55 in dieser Christusenergie. Ja, lasst euch überraschen. Es wird ein ganz spannender Moment auch in deinem Leben jetzt geben, wo du richtig merkst, ah, jetzt weiß ich, von was die Clarissa spricht. Mir ist ein Licht aufgegangen. Ich komme jetzt in meine Kraft. Ich weiß jetzt ganz genau, wo es hingeht. Ich weiß jetzt ganz genau, dass ich meinem Seelenstern folge und mich da mit meinen Seelenbrüdern und Schwestern verbinde. Da wirst du ganz viel Input erhalten. Und dieser Pluto mit seiner Schatten- und Mystikenergie, und genau das ist es doch, von da oben ins Untere, ins Irdische hinein, werden wir dementsprechend so stark transformiert. Da findet auch auf allen Ebenen so eine Art Persönlichkeitsheilung statt, denn das, was du vorher alles so angestrebt hast, ja, kann durchaus sein, dass das für dich überhaupt keinen Sinn mehr macht und du jetzt dann in ein völlig neues Dasein voranschreitest, nämlich in deine Kraft. Sieben Minuten, sieben, genau, du schreitest voran. Im Wagen, im Tarot ist es die Sieben und folgst selbstbewusst und voller Vertrauen auch ins Universum, genau in dieses Wassermann-Zeitalter, wo wir uns direkt jetzt hier in 2024 auftaktsmäßig im Schiff befinden. Und der heilige Gral ist in dir und du entdeckst eben genau diese Komponente mit deinem Vertrauen, deinem Urvertrauen in Mutter Erde und dementsprechend auch in die himmlischen Kräfte und lässt dich da vorantreiben. Du fließt förmlich in diese Kraft hinein. Ja, viel Spaß beim Vollmond Löwen im Pluto, jetzt im Wassermann. Namaste und eine wirklich feine Zeit, Claire.